Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE2K60, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Rewano. Ja, hallöchen. Ja, genau. Und ja, er darf sich mal wieder entscheiden, welchen Rest er nimmt. Und der, den er nicht nimmt, der gehört halt mir. Und zwar hast du die Entscheidung zwischen Christian und Seamus. Ich nehme Seamus. Gut, dann möchte ich bitte, dass du auf die rechte Seite gehst. Alles bin ich. Achso, okay, dann bin ich Christian. Ja, weil ich hab mir gedacht, du darfst ruhig du sein und ich bin Seamus. Außerdem stehe ich auf diese keltischen Krieger mit dem roten Zottelbart. Na ja, ist schon ein ganz lustiger Kämpfer. Jo, dann bin ich ja mal gespannt, was dann so wird. Weiter to the match. Ich glaube, es wird ein bisschen doof für mich. Na ja, der Seamus ist schon cool. Ich finde auch der Finisher geil hier mit diesen Beinchen hoch und das Gesicht damit. Was? Obwohl er nur auf die Brust tritt, aber okay. Ja, nicht unbedingt. Ich hab ihn auch schon mal höher gesehen. Inbeginn? Gegen die Schulter. Gegen, durch den Kopf. Hallo? Ah, die können das sogar. Cool. Boah. Ey, wieso bist du denn oben? Mann, hörst du jetzt mal auf? Das ist ja schrecklich mit dir. La 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 la. Yeah, ich bin am Start. Jo. So, ich wollte ja auch nochmal eine verpassen hier. Du. Boah. Das war ein schöner Schlag in den Rücken. Ach, es geht schon wieder weiter. Ja. Ja, das passiert, ne? Oh, das hab ich mir gedacht. Ich wusste es, aber ich konnte nichts. Komm her, du Sack. In die Ecke mit dir. Oh, schade. Schön gedacht, aber naja. Meiner rennt lieber in die Ringseile rein. Freude strahlen. Bamm. Haha, ich bin draußen. Hallo. Das war jetzt echt geil. Und der bleibt erstmal bewusstlos stehen. Ach. Jetzt kommst du aber auch. Du kommst aber auch aus allem Scheiß raus, ne? Merk dir schon. Ei, 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 ei. Da Galong. Jetzt muss ich dich aber schnell bombardieren hier. Jetzt, wo ich gerade die Chance hab, ein paar Moves zu machen. Ey. Den kenn ich auch. Der ist cool, ja. Diese Ninja-Rolle. Find ich eigentlich ganz cool. Oh, 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 oh. Nice. Echt nice. Ja, das Problem jetzt daran ist jetzt, du bist wieder bewusstlos halb. Von deiner komischen Kontraktion. Naja gut. Gehen wir mal alles durch, was ich hier so hab. Der Shame ist noch ein bisschen größer, wie man sieht. Aber minimal. So. Oh, Scheiße. Oh. Wie man da runtergefallen ist. Hast du gesehen? Noch mit der Händchen am Schlagen so. Schön am Flattern. Wie ein Hühnchen hat er mich gerupft, die Sau. Hallo, darf ich auch nochmal was machen? Nein, darf ich nicht. Okay. Ich bin's. Der Celtic Warrior. Mhm. Ja. Der Celtic Warrior, dem ist immer kalt. Wenn ich mal... ...nachlegen müsste, dann schock ich natürlich keinen. Kriegst du erstmal auf die NUSS. Oh, was ist denn los mit dir? Oh, oh. Schöne Kombination aus Schlägen. Hm. Aua, das tut ja weh sowas. Das tut mir voll weh. Was machst denn du da immer für den Scheiß? Ey, wie soll ich dich denn als Wessler ernst nehmen, wenn du mir da solche komischen Sachen machst da? Bleib dir da einfach stehen wie so eine Pimpomine. Wie eine was? Ja, du weißt schon ganz genau, was ich mein. Nein. Oh nein, it's over. Nein. Und der... Oh. Du hast den Ringrechter ausgenockt. Mit meinem Kadaverkörper. Das ist egal. Du hast meinen Körper genommen. Um den Ring. Scheiße, egal. Ja, aber es tut ihm doch weh. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Er hat Schmerzen. Und er wird... Er kriegt heute Nacht Albträume. Hat er einfach den Ringrechter ausgenockt durch. Glaubt das alles nicht. Nein. Ja. Was eine Huck in dem Movie. Oh. Ja, das war nicht schlecht. Ach, scheiße. Scheiße. Kotelett. Salami. Pizza. Kann nix machen. Kann mich nicht wehren. Nein. Es tut so weh, wenn du mich berührst. Es tut so weh. Und er zieht mich einfach durch den Ring. Die Sau. Aua. Wegen die habe ich weiße Schuhabdrücke auf meiner Brust. Oh, der Finish. Juppie, Juppie. Boah. Das sieht aus wie von Wazer Roman, der Move irgendwie. Eins. Zwei. Oh, er kommt natürlich wieder raus. Es gibt's ja gar nicht. Das ist wieder... Typisch Onkel. Immer wenn's kritisch ist, kommt er raus. Die Sau. Muss ich dich halt ein bisschen treten. Hast du verdient. Ah, der macht sofort so ein High-You-Kid-Move. Gibt's ja gar nicht. Hm, shit. Ja, endlich mal geklappt hier. Wundervolle. Ah, die... Und von hinten jetzt. Von hinten will ich... Ah, scheiße. Oh, oh. Aua. Ja. Das war gut. Äh, was wollte ich denn jetzt? Bleib erstmal stehen. Ich hab keine Ahnung, was du weitest. Keine Ahnung. Ich wollte dich eigentlich Slam ein bisschen, so als Spaß. Genau so hab ich mir das vorgestellt. Ach, ich bin so blöd, ey. Ich guck die ganze Zeit bei dir und denk, warum kann ich meinen Finisher nicht einsetzen? Das ist ja deiner. Weil du den in der Ecke, wenn du dann machen musst. Weil dein drittes Eckenfinisher. Ja, ich weiß schon. Mit dem Tritt. Oder halt diesen Powerbomb von, äh... Von dem Wazermon, aber naja. Wem? Ich hab halt falsch geguckt. Ist halt mal passiert, ne? Weil ich ja grad die ganze Zeit auf der linken Seite war. Wieso ging mir vor sich die ganze Zeit aus? Hat mich das leicht ein bisschen irritiert, grad. Oh. Na super. Mann, ey. Scheiße, da. What a move, ja. Der ist auch geil. Und tschüss. So, einen kann ich noch machen. Einen geht noch. Einer muss da gehen, einer muss da gehen. Ah, er kommt natürlich sofort raus. Die Sau. Unbelievable, ja. Ja, so seh ich das auch. Na komm. Ja, deiner ist auch ein bisschen K.O., glaub ich. Wichser. Ja. Ja. War auf jeden Fall gut. Hm. Ja. Nö. Und die coole, coole Rolle. Bam. Zermatscht hab ich dich. Wow, look at that power. Was macht's even more impressive, ist das... Hast du in der Ring, Ecke gehen? Ja, ich will den Ways on One Move nochmal sehen. Oh, reicht doch. Brauch ich gar nicht. Ja. 1, 2, 1, 2, und bitte Schemes. Nein. Wieso bist du rausgekommen? Hast du Dreieck gedrückt? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hätte gar nicht gedrückt hab heute. Krass, ey. Zwei Finisher überlebt, ey. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Boah. Krass, ey. Krasse Leistung. Das ärgert mich grad ein bisschen, liebe Freunde. Das ärgert mich grad unheimlich. Was mich das unheimlich ärgert. Und jetzt komm ich ja auch nicht mehr raus aus dem Laden hier. So, jetzt will ich mal versuchen. Ja. Nein. Aber. Nein. Heute nicht. Nein, nein, nein. Mit dir, mit dir will ich das nicht erleben. Und er kontert. Ah, immer dieser scheiß Drehmomentschlüssel da. Er macht wieder den Move der Müwe. Mann. Ist ja ätzend joweit. Ist echt ätzend. Ah, deiner ist wieder bewusstlos. Meiner ist verkrümmt am Boden. Was ist jetzt, guck mal. Oh, nee. Echt jetzt. Nämlich. Nein. Ja. Ist doch scheiße. So langweilig. So langweilig. Warte ab. Ich mach jetzt auch nur noch einfach so was. Mann. Ja, das ist wieder langweilig. Ich sowas gewinnen. Ich so langweilig. Mach sowas nicht. Immer nur nach dem Finisher. Mann. Ja, du hast keinen Finisher gemacht. Nicht verdient. Nee. Ja. Ja, ja, warte ab. Ich werd auch so spielen. Geil. Ich hab gewonnen. Na mein Gott, nochmal. Ich kann aber spiel, wie ich will, Junge. Ja, alles mal ein Schämes, Mann. Das ist scheiße. Drecksack. Nicht verdient. Nee, der war nicht verdient. Der kam. Das war jetzt Glück. Nein, der war nicht verdient. Das war jetzt so. Hä, was? Geil. Er ist raus. Na, schade. Der tut weh. Seamus wollte ich eigentlich verhalten. Oh, tut mir jetzt aber leid. Du hast nur jeden ausgepfiffen, den ich behalten wollte. Bei dem hast du nicht so ein Rehafpfiff. Ey, da wird bestimmt noch einer kommen. Ich hab gewonnen. Und das auf eine richtig geile Art und Weise. So macht man das. Tja. Das ist Christian. So gewinnt der immer. Rolle, Rolle, Hubb, ja. Ja, Rolle, Rolle, Hubb, ja. Du machst dich drüber lustig. Und das Lustige ist, ich hab so gewonnen. Du wurdest durch Rolle, Rolle, Hubb, Hubb besiegt. Ja, aber der Gewinner ist Christian mit einem Rolle, Rolle, Hubb, Hubb. Mehr war es nicht. Und Rewada hat verloren. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.